Die ganze Werbung richtet sich nach ihnen, nur kann ich leider die gar nicht kaufen. Die Schöpfung, so fängt die Illustration an, ich stelle nur Bücher vor, die mir gefallen. Ja, das brauche ich ja nicht kaufen, gell? Hoffentlich kann ich es auch lesen. Die Schöpfung, wirklich eine schöne Illustration. Die Schöpfung. Am Anfang Am Anfang war Duwa Duvidu und Suppe, gell? Und weil nichts war als Duwa Duvidu und Suppe, aß ich die Suppe. Genau. Ich aß sie und als ich sie gegessen hatte, ja was war dann, war Dubadu und Leere. Es läuft Vatilux und weil sonst nichts war, machte ich in die Leere und was machte das Meer? Er pinkelt also in die Sleere. Da war nichts als Tua, Dubidu und mehr. Natürlich ist Heinz seine Pisse nicht so schön und um Robby Willems, der auch mal in der Zeitung so abrichtet war. Ja, ich sah mein Spiegelbild im Meer, der sprach zu mir, mach weiter und er pisste weiter. Und machte, da machte ich weiter und machte den Wind, ja, mach weiter und warf den Hut. Bei Michael Jackson war das dann bei was für einem Hit? Der flüsterte zu mir zu. Da machte ich weiter. Ja, ist es nicht ein süßes Buch? Wer lässt jetzt mal die Hosen runter und sagt mir, wer da hier rein spricht? Hier ist die Werbung und hier ist Sylvia Körn. Dann muss man auf die Hose des Hosek. Musik Musik